Vor langer Zeit lebte in einem kleinen Königreich ein König, der es mehr als alles andere liebte, sich zu verkleiden. Er konnte ganze Tage in der Umkleidekabine verbringen und sich in neuen Kleidern vor dem Spiegel präsentieren. Für jeden Anlass des Lebens, sei es ein Theaterbesuch oder nur ein Frühstück, hatte der König die besten Stoffe und Roben vorbereitet. Und dann kamen eines Tages zwei Betrüger im Königreich an. Auf den Straßen der Hauptstadt hörten sie von einem König, der es liebt, sich zu verkleiden. Und dann reifte ein listiger Plan in den Köpfen der Betrüger. Sie beschlossen, sich als Weber auszugeben, die in der Lage sind, einen wunderbaren Stoff herzustellen, der besser ist, als man sich nichts vorstellen kann. Und damit der König ihnen definitiv Aufmerksamkeit schenken würde, verbreiteten die Betrüger das Gerücht, dass ihr Stoff magische Eigenschaften habe. Es ist völlig unsichtbar für diejenigen, die undurchdringlich dumm sind. Als der Monarch von den unglaublichen Webern hörte, die in seinem Königreich auftauchten, war er sehr glücklich. Schließlich hatte er endlich die Gelegenheit zu verstehen, welcher der königlichen Berater und Untertanen dumm ist. Am nächsten Tag rief der König die Weber herbei, überschüttete sie mit Gold und befahl ihm, das beste Kleid aus magischen Stoffen und Goldfäden zu nähen. Dann nahmen die Betrüger alle wertvollen Materialien, nahmen das Gold und machten sich an die Arbeit. Sie setzten sich an die leeren königlichen Maschinen und taten so, als würden sie ein magisches Kleid für den König nähen. Das Gerücht über den ausgefallenen Stoff verbreitete sich im ganzen Königreich, und jeder wollte es sehen. Der König selbst war keine Ausnahme. Er wollte sich unbedingt das Kleid ansehen, aber er hatte Angst, dass er dumm sein und den Stoff einfach nicht sehen würde. Und so beschloss der Monarch, seinen klügsten Berater zu ihnen zu schicken, den intelligentesten und ehrlichsten unter allen. Als der alte Berater in die Werkstatt kam, sah er, wie die Betrüger hinter leeren Maschinen arbeiteten. Sie hoben ein nicht existierendes Kleid hoch, richteten unsichtbare Falten auf und prisen gefälschte Designs. Dann tat der Berater, der Angst hatte, ein Dummkopf zu sein, so, als würde er auch das Kleid sehen. Als der alte Mann ins Königreich zurückkehrte, fand er nicht die Kraft zuzugeben, dass er nichts gesehen hatte. Deshalb berichtete er dem König, dass der Stoff großartig sei. Der Minister folgte den Berater der Weber. Er betrachtete die leeren Maschinen auf die gleiche Weise und befürchtete, dass er tatsächlich dumm und seines Platzes unwürdig war. Also ging der Minister zurück zum König und lobte den Stoff noch mehr als der Stadtrat. Schließlich beschloss der König, die Neugierde selbst zu bewundern, bis sie aus der Maschine entfernt wurde. Er kam mit einem ganzen Gefolge von Höflingen zu den Webern, aber weder der Monarch noch die Berater sahen das Kleid. Jeder von ihnen begann das Outfit zu bewundern und stellte sich vor, dass alle anderen den Stoff tatsächlich sahen. Mit dem Ergebnis zufrieden, verlieh der König das listige Ritterkreuz und verlieh ihnen den Titel eines Hofwebers. Und dann kam der Tag, an dem man ein neues Outfit anziehen konnte. Die Schurkenweber meldeten sich freiwillig, um den König selbst zu versammeln. Sie zogen dem Herrscher eine nicht existierende Hose an, dann ein Leibchen und einen unsichtbaren Kaftan. Und der ganze Adel, der den Prozess beobachtete, sagte nur, wie schön das Kostüm war und wie es dem König ging. Schließlich ging der Monarch auf die Straße. Die Untertanen hatten sich bereits versammelt, in der Hoffnung, die prächtige Kleidung des Königs zu sehen. Keiner von denen, die kamen, gab jedoch nicht zu, dass sie nichts sahen. Als plötzlich ein kleiner Junge aus der Menge auftauchte und ausrief, der König sei nackt. Die Menge nahm diese Worte auf und alle um ihn herum begannen über den Herrscher zu lachen. Der Monarch erkannte, dass er getäuscht worden war, setzte aber seinen Marsch fort, wie es sich für einen König gehört. Und sein Gefolge stützte immer noch den Mantel, der tatsächlich nicht existierte. Vor langer Zeit lebte in einem entfernten Dorf ein armes Mädchen, Karen, mit ihrer Mutter. Im Sommer musste sie barfuß gehen und im Winter in rauen Holzschuhen, die ihre Füße schrecklich rieben. Und dann nähte die alte Schuhmacherin eines Tages Karen Schuhe aus roten Stoffresten. Sie brachte dem Mädchen genau an dem Tag ein Geschenk, an dem Karens Mutter in den Himmel kam. Und das arme Mädchen hatte keine andere Wahl, als für die Beerdigung neue Schuhe anzuziehen. Obwohl rote Schuhe überhaupt nicht zum Trauern geeignet waren, hatte Karen keine anderen. Zu dieser Zeit fuhr eine große alte Kutsche durch das Dorf, in der sich eine wichtige Dame befand. Sie sah das Mädchen, hatte Mitleid mit ihr und beschloss, sie nach Hause zu bringen. Karen lebte viele Jahre mit einer Frau zusammen und zog nie ihre roten Lieblingsschuhe aus. Aber das Mädchen ist merklich gewachsen und es ist Zeit, ihre neuen Schuhe zu kaufen. Also brachte die Dame Karen in den Laden. Die Dame war bereits alt und konnte daher nicht das richtige Paar Schuhe sehen. Dann bat sie Karen, die bescheidensten schwarzen Schuhe für die Kirche auszuwählen. Aber im Schaufenster standen knallrote Schuhe. Sie waren genau wie die, die der Schuhmacher einmal für Karen gemacht hatte. Und so erzählte das Mädchen der Dame, dass sie die einfachsten Schuhe gewählt hatte und die Herren bezahlte sie gerne. Der Sonntag kam und die alte Dame befahl Karen, sich für die Kirche fertig zu machen. Die Herren forderte das Mädchen auf, sich bescheiden und zurückhaltend anzuziehen. Aber Karen wollte so sehr neue Schuhe anziehen, dass sie nicht widerstehen konnte und ging in roten Schuhen in die Kirche. Und alle Leute im Dienst sahen hin und wieder auf Karens Füße. Nach dem Abendessen erfuhr die Dame von den Leuten, dass Karen in roten Schuhen gekommen war. Die Dame konnte die Schande nicht ertragen und beschloss, früh nach Hause zu gehen. Aber am Kirchentor wartete ein alter Soldat auf sie. Er verneigte sich tief vor den Damen, sah die roten Schuhe und begann sie zu loben wie nie zuvor. Karen tanzte vor Freude. Und dann begannen ihre Beine von selbst zu tanzen, als ob die Schuhe eine magische Kraft hätten. Das Mädchen hatte Angst, sie wollte ihre Schuhe ausziehen. Aber sie waren eng. Die Schuhe waren fest an ihren Füßen befestigt. Und Karen musste tanzen. Sie tanzte über Felder und Wiesen, im Regen und bei sonnigem Wetter, sowohl nachts als auch tagsüber. Und dann befand sich das Mädchen eines Nachts am Waldrand. Es war überall dunkel und unheimlich. Plötzlich blendete ein weißes Licht Karen. Es war ein Engel in einem langen weißen Gewand. Hinter seinen Schultern befanden sich große Flügel, die bis zum Boden hinuntergingen. Er sah das Mädchen streng an und sagte, dass sie für ihre Täuschung, ihren Stolz und ihren Ungehorsam für die Ewigkeit tanzen würde, bis sie wie eine Mumie verdorrt. Bevor Karen Zeit hatte, ein Wort zu sagen, packten sie die Schuhe und führten sie weiter. Lange Zeit wurden die Schuhe des Mädchens über den Steinen durch das Dickicht und die Dornenwische getragen. Scharfe Dornen gruben sich in Karens Beine und kratzten sie blutig. Und dann tanzte sie zu dem kleinen abgelegenen Haus des Försters. Das Mädchen setzte sich auf die Veranda und weinte bitterlich. Sie schaffte es, ihren Ungehorsam zu bereuen und wollte sich vor allem bei der Dame entschuldigen. Als der Förster das Mädchen weinen hörte, hatte er Mitleid mit ihr und beschloss zu helfen. Dann nahm er eine silberne Schere und schnitt die roten Schuhe ab. Karen war überglücklich, ihre Beine wieder kontrollieren zu können. Jetzt wollte sie vor allem nach Hause gehen. Das Mädchen dankte dem Förster und überreichte ihr die alten Holzschuhe seiner Tochter. Karen zog ihre Hausschuhe an, bedankte sich erneut bei ihrem Retter und rannte nach Hause. Also raste sie durch die Felder und ging Tag und Nacht durch die Wälder, bis sie die Umrisse ihres Hauses sah. Dann sammelte das Mädchen ihre letzte Kraft und eilte zum Eingang. Sie rannte in den Salon, wo eine traurige Frau saß, die die ganze Woche um ihre Tochter getrauert hatte. Als die Herren Karen sah, strahlte sie vor Freude. Das Mädchen warf sich in die Arme ihrer Amme und begann sich für ihren Ungehorsam zu entschuldigen. Natürlich vergab die Herren Karen und das Mädchen versprach, nie wieder jemanden zu täuschen.